Achso, aber sollte der Imposter am Anfang kurz stehen bleiben oder so? Richtig, der Imposter, der sagt jetzt wer er ist und bleibt 10 Sekunden bis vorne stehen. Herzlich willkommen meine Freunde. Wir spielen heute Versteckenfang und wir müssen uns verstecken. Und ich frag mal, ob wir uns währenddessen auch bewegen dürfen. Dürfen wir uns dann auch weiter bewegen oder müssen wir dann stehen bleiben? Auf geht's meine Freunde. Wenn Leon einen tötet, muss er 50 Sekunden an der Leiche stehen bleiben. Nee, nee, ich frag ob ich jetzt einfach irgendwo stehen bleiben muss. Du musst deine Aufgabe machen. Achso, ich muss meine Aufgabe machen. Okay, okay. Ja klar, klar, klar. Wenn wir die Aufgabe fertig kriegen... Oh Gott, du hast mich erschrocken. Ligger, du hast mich erschrocken. Ich will nicht da rein. Wir sind gerade oben, wir sind gerade oben rechts. Wir sind gerade oben rechts. Wie, oh sorry. Ich hasse dich. Oh, scheiße. Stell dir vor der Kopf, Getzi. Oh, Tim. Kann Leon dann schneller laufen? Nee, Leon kann schneller laufen. Wir sehen mehr als Leon. Was heißt, wir sehen Leon nicht mehr. Oh mein Gott, scheiße. Dann gehen wir nicht weg, Gondi. Nein. Oh, ich glaub... Short crew... Short, short... Wie heißt das? Warte... Lex ist ab, wo der ist? Nein, nein, nein. Nichts sagen hier. Achso, nee. Ich könnte als Geist... Geist doch die ganze Zeit hinterher. Du kannst als Geist natürlich... ...dem hinterher. Ach, klar. Oh. Also... No Angst, wenn ich hier um Ecken gehe, ne? Du kannst... Kannst so ich reden, oder? Oh Gott. Überzeihens gehabt. Ey, das ist so eklig. Das war auch als Geist so langsam. Mach doch mal die Tars. Ja, das ist es ja. Ja, natürlich. Legs doch nicht so schlecht. Ich dachte, es ist ja nicht so schlecht. Ich dachte, es ist ja nicht winnable. Du musst... Drei müssen... Du musst doch noch einen killen, oder? Ich... Nein. Zwei noch. Bestimmt, zwei müssen noch killen. Ja. Und jetzt hast du nicht mehr Zeit. Und jetzt hast du nicht mehr Zeit. Ja, und? Alter, wenn der das hier hinkommt, ne? Oh, ich... Oh, komm, komm. Komm, zieht euch, Junge. Ja, geil. Wo ist denn Leon? Weiß das, Leon? Weiß das nicht, Leon. Ich weiß es nicht. Oh. Achso, du darfst natürlich nicht sabotieren, Leon. Ja. Sonst hätte ich keinen Türen. Und... Keine Türen zu machen. Sonst hätte ich ja wohl schon sabotiert. Ja, aber ich kann sagen. Ja. Dann bist du nicht. Das mir fiel zu langsam. Oh Gott. Das ist echt langsam. Tod mit dir. Wie trash seid ihr denn? Bitteschön. Wie trash seid ihr denn? Wie trash seid ihr denn? Vor dem Out-Pony. Ja. Ja, was, 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 ich mach dir jetzt. Deswegen muss ich dich verstecken. Mach die Crewmade Vision um ein zu. Ajojojoj. Sorry. Was? Weil Tim, Tim ist jetzt nicht da. Ach man, jetzt bin ich beim Poster. Sorry, sorry. Maaah. I'm sorry, Warrens. Das ist Conny. Ich wollte Conny raus. Conny ist raus mit Conny. Ja. Ja. Der ist schon ziemlich suspekt sehr gut. Jetzt bitte dich teilen oder so. Das ist Conny. Das ist Conny. Das ist Conny. Conny ist. Lexi, nein. Weg mit Conny. Weg. Lexi, skip, skip. Oh Gott. Oh mein Gott. Lexiii. Ich wollte nicht weiter. Maaah. Sorry, Warrens. Das wäre gerne Dings gewesen. Das wäre echt cool gewesen. Für die Aufnahme. Ihr Arschlöcher. Ja. Es klappt. Es klappt jetzt. Ernst, jetzt komm mal an. Ja, ich reporte Tim. Warte. Ganz ehrlich, kauf's dir am PC. Ich dachte halt, alle wären downed. Oh, eklig. Das war so leicht. Oh nein, nein. Ich bin's. Heilig Scheiß, man sieht ja gar nichts. Okay, ich zähle. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. So meine Freunde. Ich komm. Ey, Leon ist nach rechts gelaufen. Ich komm, ja. Hier ist eigentlich recht gefährlich. Ja, überall. Nee, nee, wenn er hier rauskommt, Dinger, dann tschüss. Achso, man darf keine Wände benutzen. Ach, okay. Ja, das hättest du vorher Leon sagen sollen. Die hat die nämlich benutzt. Ja, Wände lang. Okay, von mir aus. Ich komm auf Wände. Warte, du machst das und ich stell mich dir hin und ich schrei dann, ja? Ja. Das hat mir aber auch nichts gebracht. By the way, Lexi. Tim, Achtung. Hinter. Okay, Tim. Hey. Oh, da versteckt dich doch. Ich bin mir gelaufen. Versteck meine Freunde. Wie geht das doch? Ich rede doch mal mit mir. Mir geht's gut, Conny. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ich bin im Medical World. Ja, ich kann nichts machen, ne, ja. Ich dachte, yo, komm, ich bin schon weggelaufen. Ach, wie wohl, Tim. Nice troll. Dankeschön, Tim. So. Puh, jetzt schnell hier raus. Halleluja. Ach so, wenn man fertig ist mit einem Task, muss man in die Cafeteria. Ah ja. Mach ich aber nicht. Ich bleib in Security und call deine Position. Mach was. Oh, hallo, Moritz. Wie, Moritz? Ich seh dich nicht. Hä? Moritz, wo bist du denn? Moritz ist einfach gegen mich reingelaufen. Nee, ich hab dich nicht gesehen, Conny. Moritz, wo warst du denn? Äh, darf ich das sagen? Ja, klar. Atmen. Atmen. Ja. Hä? Hä? Aber ich, wieso, wieso konnte ich denn Conny jetzt nicht sehen? Weiß nicht. Weil Conny ist cheated. 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 Wie weit ist denn diese Distanz, Dingsbums? Dann bringt ja diese Night Vision ja gar nichts für mich. Wie? Wenn mich Conny von weit weg sieht. Nee, kann ich ja nicht. Ich hab dich nicht gesehen. Du bist in meinen Armen, glaub. Lexi, du darfst nicht sterben, Lexi. Ich hab dich nicht gesehen, Conny. Äh, ich glaub, ich hab ihn gerade da links gesehen irgendwo. Komm, komm. Du weißt wo, ja? Ja. Gut. Conny, du hast gesagt, keinen Wenden nutzen, du Arsch. Habt's genau gesehen. Jaaaa. Achso, mach. Nichts bei der leichten Move jetzt. Ah, Lalea. Bumm. Und der sagt, Digga, was hockst du eigentlich 15 Minuten in Storage? Weißt, wie langsam man ist, wie wirst man von unten werden? Digga, der hockt nur da in der Region rum. Ich dachte mir, jetzt ist er eigentlich weg. Er ist eben gerade durch Storage gelaufen. Er ist immer noch da. Wie, irgendwie. Wer fehlt denn? Eileen. Ja, Werbung. Wir machen mal Vision auf 1,5. Machen wir mal, ich los den Vision für den Scheiß. Ja, haben wir, haben wir ja auch. Guck mal an, was der für Vision hat. Ja, haben wir ja auch. Och nee, hier bin ich schon wieder. Oh. Ich zähl wieder runter, weiter Freunde. 1, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich bin in der Richtung. Ich bin mir auf den Tisch gelaufen. So meine Freunde, wer ist, weint denn gerade eine schöne Karte? Gott, jetzt niemand ist in der Nachbind. Hey, hey, hey. Oh, du bist hier unten, du bist hier unten, oder? Warum? Ja, ich hab dich gerade in der Nachbind sehen, äh, gehen sehen. Wie so. Ja, du bist so schön. Du bist so schön. Du bist so schön. Ja, du bist so schön. Du bist so langgelaufen. Weiß ich nicht, sag ich dir doch nicht. Dann kommt der hinter mir her. Okay, ich dachte, wer wird jetzt noch. Oh, wer ist denn da? Kommt's. Man darf auch keine Türen zumachen. Mhm. Ja, das darfst du mir fast. Sieht irgendjemand irgendwas? Ich seh gar nix. Ich hab nur Leon vorhin gesehen. Ich sehe ja. Oh, der ist gleich zur Navigation reingegangen. Oh. Bitte, bitte, bitte. Nein. Dann muss ich jetzt hier einmal ganz schnell. Ganz schnell, ja. Da kommt's nämlich nicht lebend aus. Oh, der geht jetzt hoch von Navigation. To Weapon Auto. Oh, der geht jetzt hoch von Navigation. Okay, okay. Aber das passt schnell. Das ist jetzt ein Crash. Das ist Crash. Wir haben mal kurz in Security mal Conny jetzt gebastelt. Und auch Bands, wir nutzen uns, aber das sind ja nichts. Nee, nee, darf man nicht. Alles gut. Und zu spät. Komm ich halt. Komm, 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 komm. Ich muss sagen. Oh, Eileen. Dreh um. Dreh um, Eileen. Wo seid ihr? Lexi, dann lauf du auch weg. Achtung. Mann. Wieso seht ihr mich? Ich seh gar nix. Als wär's noch nicht so schnell. Ey, das war Leon nicht so schnell. Digga, ich bin schneller als dem. Ich fick dem richtig. Mach mal auf Türsteher. Ja, mach ich. Wo seid ihr denn? Wo geht ihr denn lang? Seid ich die noch nicht. Okay. Sonst kommt Conny jetzt. Okay, okay. Oh Gott, ich hatte gerade Angst, Moritz. Huiuiuiuiui. Ja, ganz kurz mal den Plan. Hallo Leute. Oh Gott, scheiße. Er ist gewentet. Er ist gewentet. Oh Gott. Hallo, er ist echt gewentet. Was soll das denn? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Der ist so trash. Der ist so trash. Oh Gott. Oh nein. Komm schon. Komm schon. Nee. Hallo, wieso ich jetzt? Jawohl. Lächerlich. Wo denn? Wo denn? Wo denn? Ich weiß wo er ist. Nur kurz. Ich auch. Der ist gleich in Vans gewendet. Lächerlich. Meine ich doch. Ich dachte wir machen keine Vans. Das ist unfair, wirklich. Nee, das ist nicht unfair. Das kriegen wir nicht hin. Wirklich. Ja, da kann man ja auch die ganze Zeit im Band campen. Ja, da kann ich jetzt echt sterben rein theoretisch eigentlich. Dann camp dich dann da im Band zu. Ich höre ich nicht. Im Band. Ach man Leon, wieso hast du mich denn verraten, dass ich da bin? Was hab ich? Ja, du hast den zu dir gelockt. Was hab ich? Ja, ihr seid hochgegangen und dann seid ihr zu Conny gegangen. Nein, Conny ist gekommen. Von unten. Ja. Aus dem Band. Dann ist er an Dings vorbeigelaufen und wir standen alle drei drin. Ja, und danach bist du hinter ihm her hochgegangen. Nee, ich bin runtergegangen. Nee, nee, du bist erst hochgegangen. Danach bist du runtergegangen. Pass auf, Moritz. Wenn du Impostor bist, dann wirst du sehen, dass du wo du wend bist. So. Aber ich bin fertig. Guck jetzt mal hier. Oh Gott, er ist in Edmund. Er ist in Edmund. Scheiße. Er geht hinter dir her. Achtung, Lexi. Lexi, du bist zu tot. Lexi, du bist zu tot. Oh, Lexi. Lexi. Lalalalalalalala. Oh, Conny, da ist nur keiner. Hä, kann es sein, dass Conny in der letzten Endung kommt? Das war auch gar nicht mein Plan. Oh Gott, der Wendchen kommt da her. Scheiße, es ist frei. Es ist alles weg. Haha, Conny. Okay, aber ihr wisst ja, wenn ihr fertig seid in der Mission, müsst ihr ja eigentlich in der Cafeteria sein. Ja, man kann ja auch faken, dass man fertig ist. Nein, das ist ja unfair. Das machen wir ja nicht. Warum soll ich denn in die Cafeteria gehen? Damit du mich da abhören kannst, oder was? Ja, damit ich euch nicht schreckst. Ja, was ist ein Ben? Wie ist das Ding, also... Conny geht grad runter in Richtung Admin. Man, immer ist der in der Kamera. Ne, ich bin im Cafeteria gewesen. Niemand ist in der Kamera. Conny steht in Admin am Admin-Pult und guckt. Jetzt wendet er weg. Oh, bin ich zu spät? Bitte sag ich, ich bin zu spät. Bist du jetzt dahin gewendet? Oh, ich bin echt zu spät. Lexi, hallo. Hallo, oh Gott, scheiße. Kommt der da? Hallo meine Freunde. Oh Gott, scheiße. Ich seh ihn nicht. Wo ist er? Wir dürfen nicht aus Cafeteria raus. Ja, ja, ich bin im Cafeteria drin. Hey, aber nur weil man die Tasche fertig hat. Der darf gar nicht. Der sieht nichts. Der ist trash. Der sieht nichts. Ich renne da her und er sieht nichts. Crazy. Ah, Conny. Ihr seid gemein. Der macht die Tür zu. Der macht die Tür zu. Der teatet. Das ist so unfair. Scheiße, ich seh ihn. Hast du mich verloren. Trash bist du. Ach nee. Das ist kompliziert. Ich hab alle meine Aufgaben gemacht. Egal. Ich muss noch eine letzte machen. Nein. Ja. Egal. Nicht im Vent, Conny. Nein, Conny. Scheiße. Ey, das ist schon mega schwer. Die Division ist echt zu krass. Nein, das ist gut. Weil wenn du schon Vent benutzt. Ja, dann machen wir das auf 1. Nein. Nein, nein. 1,5 war viel zu krass. Ihr habt mich ja von der anderen Seite der Web gesehen. Das stimmt gar nicht. Das stimmt gar nicht. Ey, das koste doch. Ja, warte. Tim, Tim, du warst doch nicht im Poster. Du weißt gar nicht, wie schlimm das ist. Ja, das stimmt. Werbung. Doch, ich weiß, wie das ist. Ne, du hast nur einen Korb gesehen. Neon hat's auch geschafft. Ja. Du, ich hab's auch einmal geschafft. Mhm. Jetzt go. Oh, jetzt geht's los. Oh, Adina, viel Spaß. Easy peasy. No, he's so cool.